Das ist mein Metier. Lange hab ich mir Gedanken gemacht, wann wendet für mich sich das Blatt? Das ist dann sozusagen mein Solo, wo ich dann wirklich auch zeigen kann, ey, die Gefühle müssen raus. Und für mich ist es ein total emotionaler Moment in dem Film. Es ist so weit, ich fühl mich frei, durch die Stadt zu schweben. Unsere Herzen sind nah, ich bin stärker. Bist du für mich da?